Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei GOP finden Sie jeden Tag eine grosse Auswahl an Frischprodukten, wie zum Beispiel die feinen Pfirsich. Hier in diesen sonnigen Pfirsichgärten werden sie gepflegt und, wenn sie schön reif sind, sorgfältig abgelesen. Damit sie so bleiben, wie sie die Natur wachsen hat, zart, saftig und gesund. Denn Pfirsich haben wertvolle Aufbaustoffe und Vitamine. Und schon sind sie bei GOP parat, zarte, saftige Pfirsich zu günstigen Tagespreisen. Denn das ist das Prinzip, heute geerntet und morgen in Ihrem GOP-Laden. In Ihrem GOP-Laden finden Sie jetzt eine Neuheit gegen den grossen Durst. Eistee mit Vitamin C und Zitrone. Eistee gibt es als Pulver, zum selber anrühren oder fixfertig in der praktischen Pure Pack. Mit Eiswürfel und einer Zitronen- oder Orangenscheibe serviert, ist Eistee eine herrliche Erfrischung für warme Tage. Und jetzt kommen wir noch zu den GOP-Aktionen. Es sind alles Sachen, die Sie günstig profitieren können. Bis am nächsten Zitstag gibt es bei GOP alle GOP-Bohnen-Kaffee an 250g 60g günstiger und 500g 1fr. günstiger. Drei Dosen geschälte italienische Tomaten, midi für nur 1,65. Ein Beutel an 1kg Goldstab-Pomfritt statt 4 Franken, jetzt nur 3,20. Und noch morgen, über morgen und am Samstag, französische Charente-Melone, das Stück Nummer 1,90. Naturreine GOP-Fruchtsaft, zweimal ein Liter Orangensaft statt 2,70 nur 2,10. Und zweimal ein Liter Gräbfruesaft statt 2,80 nur 2,20. Und hier noch der aktuelle Preisschlager. Der Taschenrechner Aurora Minicard AC730 Solar mit vielen Funktionen gibt es jetzt bei GOP für nur 15 Franken. Mit einem Jahr Garantie. Auf Wiedersehen, bis am nächsten Mittwoch.